Heute stellen wir euch Wiesel vor. Wiesel ist ein XXL Pitbull, den wir von der Hellhound Foundation übernommen haben und der gute, unkastrierte Rüde ist 2014 geboren. An sich ein super cooler Typ, spazieren gehen kann er recht gut an der Leine, ist noch ein bisschen ausbaufähig. Er hängt zwar in der Leine drin, was er aber sehr gut kann sind Umweltreize. Draußen stört er sich eigentlich an nichts. Keine spielenden Kinder, keine Autos, Fahrradfahrer, andere Hunde kann er richtig gut. Er freut sich trotzdem darüber, wenn er Rückhalt gibt und wenn er einfach mal merkt, der Mensch ist für mich da, der leitet mich, der führt mich. Das kann er allgemein sehr gut gebrauchen, weil manchmal fährt er so ein bisschen aus der Hose, weswegen er auf jeden Fall als Einzelhund vermittelt würde und auch nicht zu Kleintieren. Die würde er mich sehr wahrscheinlich jagen. Aufgrund seiner Fellfahrer bringt er so ein bisschen Hauptprobleme mit sich und seine Krallen und seine Zähne sind nicht ganz in so gutem Zustand. Seine Zähne hat er sogar weitestgehend verloren bzw. mussten gezogen werden und unseren Pirat musste auch das Auge entfernt werden, nachdem er ein Glaukom hatte. Für unseren Wiesel suchen wir auf jeden Fall erfahrene Hundeleute, mindestens erfahren mit dem Hundetyp, am besten noch mit der Rasse. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr euch für ihn interessiert. Auf unserer Homepage findet ihr unsere Telefonnummer oder unsere E-Mail.